Wir sind heute hier, um anlässlich der morgigen in Kraftbau entretenden Ausgangssperre gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren, die sich hauptsächlich auf den privaten Bereich protokultieren und die Wirtschaft vollkommen außer Acht lassen. Wir sind dagegen, dass es immer so weitergeht in der Wirtschaft, während wir in einem endlos langen Lockdown stecken. Wir sagen, dass die Wirtschaft reglementiert werden muss. Die kapitalistische Produktion ist schuld an der Corona-Pandemie. Dementsprechend muss auch sie eingeschränkt werden, um die Krise zu überwinden.